Musik 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 Wirklich mutigen, also wirklich mutigen, denen gehört gerade echt die Welt und die werden halt auch von allen hofiert und das sieht man ja halt auch auf den Shows, wenn die Frisuren auch ein bisschen verrückter sind, dann rasten die Leute halt auch mal aus und klatschen ganz besonders toll und wenn das noch mit einem tollen Make-up und einem tollen Outfit gepaart ist, das Manplusultra. Und auf der Straße werden die Leute aber auch immer mutiger. Die Frauen kommen wirklich zu uns und sagen halt, hey, kann ich mal ein bisschen mehr haben, ich möchte so ein bisschen aus dem, sagen wir mal, Einheitsbereich verschwinden und möchte doch so ein bisschen mehr ein kleiner Individualist werden. Angebaut an den Kopf wird gar nichts, es wird aufmodelliert und mit dem neuen Nanosystem wird einfach reingeschossen und in 35 Sekunden hast du fünf Strähnen drin und in 40 Minuten hast du eine komplette Haarverdichtung oder Verlängerung. Die Hairdreams-Qualität hält bis zu sechs Monaten und natürlich übersteht sie jede Nacht. Musik 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 Ja, es geht natürlich um ganz andere Sachen, hier wollen wir natürlich auch wirklich Kunst am Haar zeigen und zeigen, was damit möglich ist, wie die Designer Kunst an dem Outfit zeigen wollen, wenn wir das am Haar zeigen. Da werden wir auch mal etwas extravagant und arbeiten mit Ersatzhaaren, mit Zweithaaren, ein bisschen Draht mit runtergeflochten und versuchen wirklich die Extravaganz etwas nach oben zu treiben.